Alles klar, nächstes Video, Full Day of Training mit Islam. Wir kennen ja Abu Goku mittlerweile und sein Sohn, jetzt schon in meiner Meinung nach eine richtige Maschine, die richtig Gas gibt im Training. Und Abu ist halt ein bisschen eher, wenn ich das mal so nennen darf, faul, ne? Aber dafür ist ja, sein Sohn übernimmt den Rest. Leute, herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Ich bin mal gespannt. Heute nehme ich euch mit zu Marinius zum Training. Heute ist das Ringentraining. Das haben viele gefragt, wie so ein Ringertraining bei ihm aussieht. Das ist jetzt gerade Fortnite-Training, was er macht. Oder wie baut der? Wieso kann der so krass bauen? Und deswegen würde ich euch gerne mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt Spaß da dran. Los, sehen Sie den Sucht hier an. Der spielt so gut, obwohl er wirklich echt nicht oft am PC darf, ne? Also im Verhältnis zu, ich sag mal, anderen Kindern darf er wirklich nicht oft am PC. Aber wenn er seine Sachen macht, diese guten, wichtigen Sachen nicht vernachlässigt, dann darf er das. Wie macht der das? Das ist egal. Ich bin auch Zocker und damit aufgewachsen. Und außerdem guckt er hier einen guten Street. Ne, von mir schaut, der Arda Sace. Der Arda, Bruder, der ist auch durchgehend am Fahrrad fahren. Schau mal an, ne? Drops an Arda. Und die müssen auch irgendwann gefüllt werden hier noch. Inschallah. Wir sitzen im Auto, sind auf dem Weg zum Sport. Dein Training fängt wann an, Islam? In neun Minuten, weil ich schon 15 Uhr bin. Wir sind leider ein bisschen spät dran. Wenn Mama dich fährt, passiert das nie, ne? Ey, aber schon was Wunderschönes, ne? Chat, Vater, Sohn. Voll geil, Vater ist Streamer. Islam, so der Sohn, der geht trainieren. Schon schöne, schöne Vibes. Ich sehe es jetzt, was für Socken an hat. Was hast du da für Socken an, Islam? Lange von dir. Lange von mir bitte? Einfach Peso-Socken? Jalla, wir gehen rein. Er hat sich gefreut, weil Matten schon aufgebaut worden. Mario, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Alles klar bei dir? Ja, ja. Freust du dich, Islam, dass du nicht mithelfen musstest? Hä? Ja. Oh, 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 oh. Was geht da? Boah, ja, Mann, stimmt, Alter. Beim Ringen müssten wir damals immer Matten aufbauen. Ich hab das so gehasst. Ich auch. Deswegen kommt die im Exo zu spät, ne? Kinder. Ich will mal, dass ihr seht, wie man die Matten hier aufbaut. Islam, wo man den Tipp sollt, ob sein Schuh noch nicht wertig ist, damit er nicht helfen muss. Dann machen die da die Ecken rein, damit die schön stramm ist. Und das ist Islams Trainer. Oder einer von seinen Trainern. Mit ihnen habe ich früher auch zusammengerungen. Und das ist der Vater. Frühstück, Frühstück. So, jetzt mach's. Frühstück, alles Frühstück. Spaß. Dann wird erst mal vor der Aufwärmung Fußball gespielt zum Aufwärmen. Ja, genau. Und danach wird erst mal so Fußball oder Basketball gespielt zum Aufwärmen. Das sagt sehr gut. Ja, stimmt. Das wird der nächste Champion. Das ist der kleine Bruder von Mohamed. Das ist der nächste Champion hier vorne. Seht ihr den Löwen da vorne? Ich hoffe, wir kriegen nochmal ein Tor auch hin. Oh, das war ein Tor von Mohamed. Mohamed. Oha. Oh, oh, oh. Nein. Weiter, weiter. Tschüss, Bruder. Der Mann, der dachte, das geht um den Kapp oder was. Bruder, der hat ja diesen um jeden Preis den Ball gerade nicht versenken lassen wollen. Oha. Videobeweis. Videobeweis. Hallo. Hallo. Okay, letztes Tor. Auf, letzte Minute. Bruder, der Torwart macht einfach ernst bei Kindern. Ich glaube, das war es, oder? Oh, letzter Versuch. Und, alter Schwede, Digga. Schon 20 Mal auf der Linie hat er gerettet. Bruder, der Mann erzählt bestimmt später seiner Frau zu Hause, ich habe 20 Pelle gehalten. Ich bin eine Maschine. Das wäre das. Manuel Neuer, ich habe Peach neben mir. Der Ausgleich gewesen. Okay. Jetzt kommt das Richtige auf, im Training. Zurücklaufen, ne? Islam, nicht dröden. Und Rückwärtsrolle. Ah, Mann, ich vermisse das Training, Mann. Jetzt kommt die Ringerrolle. Ich will auch wieder trainieren, Mann. Alter, meine scheiß Schulter. Das ist, wenn einer Beinangriff geben will, dann, das kann man auch Sprawl nennen. Sprawl, ja. Äh, bist du müde schon? Nein. Ja, ja, ja. Jetzt wisst ihr vielleicht, warum ich auch ein bisschen, was das an so Handstand, Radschlag ist, weil das immer ein Rollen, was ich kann. Das ist immer in unserer Aufwärmung gewesen damals. Das war so Standard quasi. Da ist es scheißegal, wie dick oder dünn du bist. Das machst du wieder. Aber krass, interessiert euch das Chat so mal, wie das so ist? So Ringen und so alles. So interessieren euch solche Videos? Kannst du das auch? Ja, klar, Bruder. Wann kannst du es? Ob du willst oder nicht? Ah, okay, stark. Das liebe ich Kopfkippe. Ah, Kopfkippe. Ja, Mann, das kann ich auch. Ja, Maschine. Meint ihr, sollt ihr das mal mit mir machen? Das ist besser als Training, glaube ich. Zeig mal. Ja, wie soll ich es machen, Bruder? Soll ich es hier im Wohnzimmer zeigen oder was auf Boden? So will ich später mit Islam sein, inshallah. Das ist Vater und Sohn. Es gibt immer noch ein paar Leute, die sagen, natürlich, man wird nicht alle überzeugen können, das ist klar. Ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, nur meine Familie zu überzeugen, dass ich versuche, das Richtige zu machen. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, warum Islam so viel Training und er hat keine Kindheit. Ihr verwechselt eine Sache. Das ist seine Kindheit. Das gehört zur Kindheit dazu. Wieso ist es okay, meinen Sohn sechs Stunden am Tag spielen zu lassen, aber nicht sechs Mal die Woche zum Training gehen zu lassen? Ich wünschte, wir hätten das irgendwie hinbekommen damals, dass meine Eltern mich zu so einem Training geschickt hätten. Mein Vater mit zu mir gekommen wird zum Training. Nur war er leider früh krank in meiner Kindheit und deswegen konnte ich das alles nicht so erleben. Das ist die Kindheit von meinem Sohn. Die Kindheit besteht nicht darin, mein Sohn Tablet zu geben und ihn acht Stunden spielen zu lassen und zu sagen, ja, er muss noch seine Kindheit ausleben. Ich bin froh, so wie das ist und ich rede auch immer wieder mit Islam. Ich frage ihn auch immer wieder, wie er sich fühlt, wie er das findet. Klar, du hast irgendwo als Elternteil, denkst du dir auch noch immer, macht er das vielleicht nur, weil er weiß, dass ich das will und so. Wisst ihr, was ich meine? Aber Alhamdulillah, ich habe nicht das Gefühl bei Islam und ganz im Gegenteil, er liebt das sehr, hierher zu kommen. Deswegen bin ich froh, dass ihr mal heute einen Einblick da dran habt. Schöne, Islam, schöne! Finde ich sehr gut. Finde ich auch gut, dass Abo dieses Statement gesetzt hat, weil im Internet ist es wirklich mittlerweile so, egal was du machst, du bist immer, es gibt immer einen. Ihr wisst doch, ich meine ja, wir wisst ja, es gibt immer einen und dass er das gerade gesagt hat, finde ich auch gut. Klar gibt es bestimmt Tage, wo Islam mal keinen Bock hat und nicht ins Training will und Abo dann ihn trotzdem motiviert und sagt, ey, komm ins Training, du wirst, du machst es und was weiß ich. Da kommt halt der Vater ins Spiel und ich denke, das ist nicht zwingend, sondern einfach seinen Sohn zu motivieren und zu sagen, komm, geh ins Training und mach es und tu es. Eine sehr große Sache. Das finde ich schon geil. Wirklich, wirklich nice. Wirklich nice. Finde ich gut, dass er seinen Sohn nicht jeden Tag einfach zocken lässt oder vom PC hinhocken lässt und sagt, ja, Bruder, komm, passt schon, zock einfach. Mach einfach, tu einfach. Bruder, er fährt seinen Sohn ins Training. Es gibt nichts Schöneres, weißt du, was ich tun würde, dass mein Vater mich wieder ins Training fährt und mir auf der Bank zuschaut, Bruder. Weißt du, was ich dafür tun würde, Lan? Das ist das Beste, was es gibt. Oh, ja. Vorwärts, rückwärts, weiterarbeiten. Alter, das ist einfach immer noch dasselbe Training, ne? Das habe ich damals, Chad, dieses Training, was er gerade macht, habe ich damals mit zehn oder elf Jahren gemacht. Genau so. Ist genau gleich. Mann, liebe Strafung. So, zeig mal, Yusuf. Ja, ja, ja. Ziehen, ziehen, ziehen. Oh, ich habe doch gesagt, das ist ein Löwe hier. Wann hast du angefangen zu ringen? 16, 17, 17. War gute Entscheidung? Tschüss, Bruder. Das ist bestimmt so ein richtiger Öküs beim Ringen, Bruder. Schau mal, der hat keine Ohren mehr, Bruder. Der kann sich keine AirPods kaufen. Der kann keine AirPods anziehen, Bruder. Bei dem ist schon Feierabend. Der hat gerungen, Bruder. Da war der, da konnte er nicht mal laufen, ne? Was hättest du sonst gemacht? Boxen. Meinst du, aber Kampfsport? Ja. Aber am Anfang, ehrlich zu sagen, wo ich nach Deutschland kam, wollte ich Boxen machen, aber dann... Ja, du siehst ja aber, dass du deinen Sohn auch herbringst. Ja, ich bin drücken, aber der heute in den Kast, ich bringe dich zum McDonalds, kommt der Schweinehund. Hatte keinen Bock. Er sagt, komm mit zum Training, dann gehe ich wieder nach McDonalds und sagt, okay, ich komm mit. Ich fühle das so heftig, was er sagt. Bumm. Stark. Oh, Yusuf. Yusuf. Yusuf, magst du ringen? Was findest du besser, ringen oder boxen? Ring. Ring? So ein Süßchen, Maschallall. Du bist der Bruder von Mohammed, ne? Wer ist stärker, du oder der Mohammed? Okay, wer ist stärker, Islam oder Mohammed? Mohammed. Oh, sehr gut. Oh, okay, ich steig dich. Aber ist doch klar, er steht zu seinem Bruder, das ist richtig. Wer ist stärker, ich oder Mohammed? Mohammed. Oh, das geht doch nicht. Oh, nein. Iiiiih, Abo nimmt kleine Kinderhops, iiiih, Cancel, Cancel. So, hier steht es gerade, 6-6. Oh, stark. Sehr, sehr stark. Gut gekämpft, Mohammed. Antwort, gut gekämpft, sehr, sehr gut gekämpft. Yallah. Hat der gerade geweint? Okay, man darf nicht vergessen, Islam ist, Islam ist auf jeden Fall viel wiegt, viel weniger. Aber stark, der hat ihn geholt. Und der hat ihn, der hat ihn, der hat ihn. Ziel ist es auf jeden Fall, dass beide Schultern den Boden berühren, dann ist das Tisch. Das sah auf jeden Fall gerade schon ziemlich knapp aus. Sehr stark war. Was besser ist für Kinder, ich hätte ihn auf jeden Fall ins Ringen geschickt, Bruder. Okay, ich habe dich nicht gesehen, dass du da hinguckst. Du weißt, Omri, das ist Respekt. Wenn du jemandem die Hand gibst, guckst du ihm ins Gesicht, okay? Yusuf, Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Elian, Messi oder Ronaldo? Tschüss. Hä? Gegen Anton, hier. Anton, sehr, sehr guter Ringer. Oha, oha, Bruder, die haben ein persönliches Problem. Tschüss. Eins, tschüss, Islam. Was ist da los? Okay, er kämpft in die Innenbahn. Weiter, 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 weiter. Islam hat auch Beine, ne? Ja, genau so. Der Arme. Jetzt mal ihn drauf, Islam. Islam kannst du mal gegen Mohammed rein. Ja, der Weidle. Ja, Mann. Wieso muss denn der Islam stärker sein wie ich? Na, Hand gehen. Der Arme. Jungs, auf der Bank ist Lautstärke Null, ne? Aha. Ich glaube, er meint euch. Aktion. Zwei. Ja, und jetzt musst du hoch auf den Klier kommen. Komm hoch. Mohammed, nicht schlafen. Händis. Gut, Hand geben, hinsetzen. So, die sind jetzt hier noch mit dem quasi Kinderring fertig. Die machen jetzt noch Krafttraining. Ich bin jetzt hier einmal mit Mario. Das ist Islam, einer von Islams Trainern. Jetzt hat der Mario, Servus, der Hanna. Du machst das ja mit deinem Sohn Philipp zusammen. Genau, ich mache das mit Philipp zusammen hier. Super. Was kannst du mir über Islam sagen? Islam ist einer der leistungsstärksten Kinder, die wir hier halt bei uns haben. Er ist also sehr talentiert. Oder warum redet der so, als wäre gerade irgendein Raub passiert und Polizeipräsidium macht gerade ein Statement? Kennt ihr die Leute, die immer so reden, wenn so ein Überfall passiert ist? Wir sind gerade dabei, jetzt alle Sachen zu räumen. Und der Täter befindet sich momentan in unserer Gewalt. Vielleicht ist der Bulle. Ja gut, das kann sein. Das kann sein. Aber der redet genau so, Bruder. Der redet genau so. Talentiert, was das Ringen angeht. Was das Ringen angeht? Er ist ja talentiert, was die tornerischen Elemente angeht. Das ist doch von mir. Genau. Er ist also auch im Turn sehr gut. Also er springt Flickflack, Salto. Also er ist da sehr viel. Aber sympathisch. Hat halt Talent generell, was so den Sport angeht. Würdest du Kindern die Sportart ab wie vielen Jahren empfehlen? Wir haben ja auch Kinder, die sind jünger als sechs Jahre. Aber ich sage mal so, fünf, sechs Jahre ist eigentlich ein gutes Alter, damit anzufangen. Ich glaube, wir sind auch vier hier. Ja, ja, ich weiß. Ich sage aber, wir vermitteln die Sportart halt auch spielerisch. Wir fangen also nicht gleich an zu ringen. Wir machen halt viele Spiele. Weil ich sage mal, was bringt das, wenn wir jetzt schon so intensiv dieses Ringen oder den Ringkampfsport betreiben. Und die haben nach zwei Jahren dann überhaupt keine Lust mehr. Also auch dieser spielerische Aspekt, der musste halt auch immer noch eine große Gewichtung haben. Ja, ja, safe, safe. Ja, cool. Mario, danke dir. Ja, gerne. Die machen jetzt noch... Sympathischer, sympathischer Mann. Wirklich sehr sympathisch. Hier im letzten Spiel. Wer als letztes im Kreis bleibt, hat gewonnen. Guck mal, die Teamen einfach, weil das Freunde sind. Unglaublich. Alter, das gab es auch noch, Mann. Stimmt. Wer als letztes im Kreis bleibt. Mohammed und Islam. Und das krasse ist, ich weiß nicht, ob das manche wissen, Islams Name ist einfach Mohammed-Islam. Das ist sein richtiger Name von Islams. Und einfach Schicksal, dass sein bester Freund, den er kennenlernt, so sein bester Freund, den er bis jetzt hat und den Schal auch weiterhin hat, heißt einfach Mohammed. Lustiger Funfact. Und jetzt kommt das Erwachsenentraining. Du hast gleich noch Erwachsenentraining, Islams. Power dich nicht aus. Das ist Rutschen. Du brauchst noch deine Kraft. Wo ich klein war, habe ich auch immer da Klimmzüge gemacht. Angeblich. Aber das ist schon lange her, Abu, ne? Hey. Ich musste hier nur stehen, das Tor bewachen, weil die mich nicht draußen haben wollen, als sie gewählt haben. So ein Ding ist das. Islams, wir haben deinen Sparringspartner heute gefunden. Wie heißt dein Sparringspartner? Juno. Juno. Tschüss, Bruder. Wie ist das sein Sparringspartner? Der ist so alt wie ich, Land, der Junge. 17. Und der ist einfach 13, der Bruder, Maschallah. Diese Gene sind von anderen Galaxien gekommen. Wie groß bist du, Juno? Stell drauf. 78. 15. Bruder, was ist mit dem? Der ist einfach schon, oha, der ist 13, der hat Körper von Skurros schon. Nee, jetzt wieder. Geh mal hin. Komm, wir haben sie jetzt einfach 13. Wie lange kennen wir uns nicht schon? Ach, schon recht lange eigentlich. Der sieht, wenn Edis mehr Bart hätte und studiert hätte, dann wäre das dabei rausgekommen. Vom Training, ganz hoch. Vom Training, ja. Immer, wenn wir uns sehen, gefühlt immer ein Trainingsheim. Ja, immer. Aber er ist immer noch da, dass da untersteht und ich sitze jetzt wie ein Festungshaus und streame nur noch. Wie findest du, dass man so früh reingeht ins Training als Kind? Das ist richtig gut. Mein Neffe ist jetzt spiel geworden. Ja, wir versuchen es so. Aber der will immer so viel spielen oder turnen oder so. Aber spätestens wenn er künft ist. Dann fängt er an. Inshallah. Man muss auch langsam. Obwohl, was heißt mehr studiert? Wenn Edis überhaupt studiert hätte. Ja, sorry. Ich tue so, als ob ich Studium gemacht habe. Taman, aber dass du das erwähnen musst, ist schon eklig. Ich finde es auch sehr, sehr gut. 100 Prozent. Für mich die beste Sportart, die es gibt. Nuss. Ja. Du warst früher nur beim Kindertraining, ne? Ja. Jetzt bist du schon beim Erwachsenentraining. Jetzt beim Erwachsenentraining, ja. Du kennst ja Islam ja auch schon richtig lange. Ja, schon ein paar Jahre. Das ist schon heftig. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, war es so zwei Körper kleiner. Ja, aber wachst du nicht. Jetzt ist es zum größten. Nicht wegen mir, nicht wegen der Kamera. Du musst echt ehrlich antworten. Islam, setz dich mal kurz da hinten mit dir. Würdest du sagen, Islam ist schon so ein qualitierter? Also überdurchschnittlich? Ja. Also Islam ist gut. Nur ein bisschen Kopfsache muss er noch ein bisschen dazu bekommen. Seine Faulheit, ne? Ja, ein bisschen oder an Turnieren manchmal. Also keine Lust oder so. Ja, danke schön. Da muss man sich einfach durchsetzen. Einfach machen. Bruder, wie alt ist der Junge jetzt? Der ist niemals 13, Bruder. Der ist niemals 13, Bruder. Du gehst jetzt auch in die deutsche Meisterschaft? Ja, deutsche, mitteldeutsche. Hab jetzt vier Turniere demnächst, ne? Ja, Papa. Bruder, wie? Der ist 13, Mann? Der sieht aus wie 19. Inshallah. Ja, dann auf zum Aufwärmtraining, Janus. Ach, Islam macht Zwei-Einheiten-Training. Technik-Training. Rechtes Bein geht hoch, runter. Gucken zu, lernen und setzen um. Das ist eigentlich bei jedem Dienst das gleiche Prozedere. Auch Kinder oder Erwachsenen. Von 1 bis 10, wie schlapp bist du? Null, ehrlich. Islam? Ist nicht schlimm, du kannst es. Ich könnte jetzt noch einen Rückwärtsseite holen. Zeig. Okay, du hast mich überzeugt. Oh Mann, ich will auch wieder Training gehen, Mann. So, nächster Gegner. Das passt von der Größe auch her. Bruder, wie kann der Junge... Bruder, was ist... Wie ist der? 13, Orlum? Wurde der in einem Reagenzglas geboren? Was ist das? Bruder, der ist 13. Schau mal an. Yunus, pass auf, mein Schulter schnimmt. Er ist ein Riese. Schau mal, Islam. Islam ist... Wie alt ist Islam? Islam ist, glaube ich, 9, ne? Er hat 17 gesagt. Ja, okay, 17 haut hin. 17 haut hin. 17 haut hin. Nach vorne, nach vorne. Bruder, 17 haut hin. Bruder, wenn er 13 wäre, hätte ich echt gedacht, Modok... Keine Ahnung, Bruder. Nährt der sich von Atommüll oder so? Wie groß warst du mit 13? Bruder, meine Größe ist erst mit... Ich bin, glaube ich, erst mit 21 oder so richtig auf 1,90 hochgekommen. Er ist 13. Abu dachte, er ist 17, aber er ist 13. Ja, okay, Bruder, tamam. Dann, Bruder, 100%. Der Junge, der ist... Keine Ahnung, der wurde mit irgendwas gezüchtet oder so, Bruder. Keine Ahnung, der... Das ist, Bruder, mit 13 Jahren schon so riesig zu sein, ne? Und der Junge macht noch Ringen, Bruder. Der wird eine Maschine. Jetzt haltet fest. Schau mal, vergleich mal, Bruder. Islam ist 8 oder 9. Der ist nur 4 Jahre älter. Hehehe. Hehehe. Oh. Okay, hopp. Oh. Schultersicht, ja. Nein. Oh. Und jetzt? Nicht abgehen, nicht abgehen. Dusch. Dusch. Schultersicht. Ja. Auf einmal gehst du rauf, ne? Hat Spaß gemacht? Ja. Kannst du mal? Aber wie war so von 1 bis 10 das Training heute? 10. So. Ungefähr? 9,5 ungefähr. 9,5 ungefähr. 9,5 ungefähr. Mann, ey. Wieso nehmen manche Leute das immer so ernst? Das Video, kommentiert gerne das Video. Und lasst gerne ein... Was sollen die da lassen, Islamo? Ein Abo da. Hehehe. In diesem Sinne, ich wünsche euch das Beste vom Besten. Salam Aleikum. Ciao. Und tschö mit. Äh. 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 Hehehe. Stark. Aber geiles Video, Bruder, ey. Ich find das echt nice, Bruder, diese... Dass er... Ich find auch gut, dass Abo bisschen hier wieder den Ringersprott bisschen represented. Find ich auch nice. Ja, geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.